hallo zusammen hier ist wieder mario für markt technik erfolgreich handeln es ist montag der 24 juli und in einem heutigen wochenausblick gehe ich wieder auf die großen us-märkte den s&p 500 den nasdaq sowie dem deutschen fdax ein darüber hinaus werden wir noch einen blick auf den euro us-dollar werfen und auf die aktuellen termine der kommenden tage bevor wir starten noch kurz der risikohinweis ihr könnt hier an dieser stelle das video kurz posieren damit ihr diesen in ruhe durchlesen könnt kommen nun zu den wichtigsten terminen dieser woche und da haben wir heute um 9.30 den deutschen hersteller und einkaufsmanager index für den monat juli sowie um 16 uhr dann die bestehenden veräußerungen von eigenheimen in den usa für den monat juni dann morgen am dienstag den 25 juli um 10 uhr der ifo geschäftsklima index für deutschland und nachmittags um 16 uhr dann das verbraucher vertrauen am mittwoch stehen dann einige wichtige termine an und zwar einmal um 16 uhr die verkäufe neuer us-eigenheime dann wie üblich um 16 uhr 30 die erdöl lagerbestände und um 20 uhr dann mit sicherheit der wichtigste termin des tages das fmc meeting bekannt gabe zum zinssatz der us-notenbank und dann am donnerstag die kernrate für gebrauchsgüter auftragseingang für den monat juni in den usa und am freitag dann um 14 uhr 30 noch das brutto inlandsprodukt für das zweite quartal in den usa darüber hinaus findet am donnerstag den 27 juli um 18 uhr noch ein live webinar mit mir statt und zwar zweistellige renditen im trading herbst ihr findet unterhalb des videos am ende dann noch den link für die anmeldung zum live webinar und dann noch als letztes ein hinweis und zwar mein dreitäger intensiv workshop marktechnik erfolgreich handeln vom 16 bis zum 18 september zum letzten mal in diesem jahr live in meinem neuen handelsbüro mehr informationen dazu auch den link dazu findet ihr unten am ende kommen wir nun zu den live charts werfen wir hier zunächst einmal einen blick auf den s&p future jetzt sich das bild nicht wesentlich verändert zur letzten woche wir haben in der letzten woche ein neues allzeithoch gesehen und sehen heute im vorbörslichen handel den markt etwas ruhiger nichtsdestotrotz wir befinden uns hier weiterhin in einem aufwärtstrend ich zeichne jetzt mal einfach über die letzten wochen den aufwärtstrend auf damit man es hier ganz gut sehen kann so gerade in den letzten tagen wie wir es auch in der letzten woche ja schon besprochen haben stehen die zeichen hier einwandfrei im amerikanischen markt auf grün und vor allen dingen hier in einzelwerten des s&p futures das heißt also wenn wir im s&p unterwegs sind und hier entweder den index direkt traden oder wir gehen in die einzelwerte weil wir durch gutes screening hier einfach eine deutliche outperformance holen möchten dann hat sich das einfach in den letzten tagen hier extremst angeboten als wir aus der korrektur herausgekommen sind zeichnet es hier auch noch mal ein so wie wir es in der letzten woche auch besprochen hatten und sehen jetzt auch im stundenchart noch mal kurz um uns einfach ein bild zu machen wie sieht das ganze denn jetzt auch auch auf stunde aus so also wir sehen hier zum einen die aufwärtsbewegung die wir hier gehabt haben immer unten die zeichnung noch kurz raus damit auch für alle die die intraday handeln das immer ganz klar ist also markt läuft hier nach oben das macht dann auch wirklich sind nicht nur im stundenhandel sondern natürlich auch intraday zu schauen okay wie sieht das ganze aus wir sehen jetzt hier dass hier nach der kleinen korrektur die wir hatten dann ist hier zu einem trendbruch gekommen ist und dass sich hier ein kleiner zumindest im kleinsten trend eine korrektur jetzt hier ja in den letzten seit donnerstag freitag dann hier eingeschlichen hat wir sehen auch heute morgen es geht hier nicht wirklich bergab weil es einfach der kleinste trend ist der gerade hier ist sorgt aber dafür dass eben nicht so viele neue trailer jetzt einfach in den markt hinein springen heißt also für mich im handel ich muss jetzt nicht unbedingt so lange wir in dieser korrekturschleife sind die hier jetzt so seit freitag sichtbar ist aktiv in den markt eingreifen positionen die ich habe zum beispiel in amgen die lasse ich natürlich laufen ganz klar nur ich muss jetzt hier nicht hingehen und sagen ich muss jetzt unbedingt neue positionen aufbauen bevor nicht auf stundenbasis hier wieder der trend nach oben umgebrochen ist wie weit kann die korrektur nach unten gehen da gibt es natürlich auf jeden fall hier zwei wichtige punkte wo wir nicht runterfallen sollten das ist einmal hier der bereich um die 2460 punkte das sind die alten hochs wo wir die ausbruchs marke hatten sieht auch alles danach aus als wenn wir uns hier auf diesen bereich erst einmal stabilisieren könnten und dann natürlich als wichtigstes natürlich der tiefpunkt also der sogenannte p3 hier in dem etwas größeren trend bei etwa 2450 bis 2445 herunter das sind eigentlich die beiden zonen die ganz wichtig sind wenn der obere bereich hier hält haben wir sehr sehr gute chancen dass sich der trend auch weiter fortsetzt kommen wir nun zum nasdaq index und da auch vielleicht der blick erst einmal in den tageschart auch hier ich nehme gerade kurz die zeichnungen raus damit man es hier vielleicht besser sehen kann auch hier haben wir zum wochenende hin am donnerstag noch mal ein neues hoch gesehen auch hier am freitag alles auf grün haben nach diesem anstieg den wir hier gesehen haben in den letzten zwei wochen natürlich jetzt auch mal ein bisschen zeit zum luft holen auf der anderen seite wenn wir das ganze anschauen wir sind hier tatsächlich immer noch an den hochs das heißt der markt ist hier wirklich sehr sehr stabil was wir hier sehen ist im prinzip dieser typische rücklauf an den letzten p2 den wir ja hier bei etwa 5900 punkte hatten da sind wir momentan auch das heißt solange wir hier sind ist die welt so was von in ordnung das heißt wenn jetzt der markt hier wieder über die 5940 punkte marke geht wenn wir hier sicherlich ein weiteres kaufsignal sehen was sich dann auch in den einzelnen aktien aus dem nasdaq sofort niederschlägt immer noch kurz in den stunden chart herunter schauen ob wir hier schon anzeichen einer korrektur hier sehen und hier ist es auch ganz gut zu ersehen hier die das alte tief was wir hier hatten bei 5892 punkt ist hier einmal kurz angelaufen worden zur handelseröffnung danach hat der markt sich hier aber stabilisieren können das heißt hier ähnlich wie im s&p ich würde momentan keine neue position aufmachen aber sobald wir wieder einen schwung nach oben bekommen so ein dreiviertel prozent das ist ja nicht wirklich viel dann würde ich wieder aktien aus meiner watchliste nehmen die ich dann natürlich dafür nutze um hier wieder einen guten einstieg auch im nasdaq zu bekommen so gehen wir jetzt zum deutschen markt über und hier sieht das bild wirklich ganz anders aus als wir das im amerikanischen markt sind auch hier an nämlich einfach mal kurz die zeichnungen heraus damit das hier auch gut zu sehen ist also haben wir zum einen den aufwärtstrend gehabt und dann haben wir aber auch den trendbruch gesehen und das darüber haben wir ja in der letzten woche auch schon gesprochen über diesen trendbruch das heißt der markt ist hier unter die 12.500 punkte marke gefallen denn das erste ziel sollte sein und das hat der markt auch dann auch geschafft gehabt ist wieder zurück zu erobern allerdings sehen wir hier auch zum wochenende hin ist hier einfach wieder schwäche aufgekommen gerade am freitag haben wir doch eine recht starke abwärtsbewegung hier gesehen so dass wir jetzt momentan hier wirklich auch am tageschart bereits einen richtigen korrektur trend haben den wir sehen so und jetzt macht es hier natürlich aus meiner sicht wenig sinn hier zumindest im tag stunden handel im deutschen markt aktiv zu sein das heißt hier wirklich augenmerk bei uns im handelsbüro nur noch auf den intraday handel gibt es irgendwelche nachrichten die vielleicht spannend sein können da schauen wir jeden morgen einfach auf den nachrichtenticker gibt es da irgendwelche interessanten werte wo wir jetzt vielleicht aktiv werden sollten aber ansonsten im handel von tag und stunde sind wir hier außen vor im mittel- und langfristigen bereich sieht es nicht anders aus auch da es wissen ja alle coaching teilnehmer aus dem bereich investment fahren wir natürlich in dieser jahreszeit unser investment immer weiter zurück und sorgen auch dafür dann dass wir hier nicht mehr von solchen abwärtsbewegung die hier jetzt gekommen sind dann erwischt werden wir sehen auch die bewegung die jetzt nach unten ist es ist nichts großartiges was wir hier sehen aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt vom hoch doch knapp sechs prozent rückgang gesehen in den letzten jahr 14 tagen etwa was vollkommen normal ist aber es passt auch in die jahreszeit hinein also das darf man nicht vergessen wir haben hier saisonal gesehen ist ja immer so mitte juli ende juli dann august september sehen wir häufig schwäche im deutschen markt komischerweise im amerikanischen markt gar nicht also wir sind wesentlich schwächer als der amerikanische markt so und wenn wir jetzt mal wieder den screening gedanken nach vorne holen darüber werden wir auch im webinar noch mal auch am donnerstag kurz darauf eingehen auf das thema dann muss es doch eigentlich klar sein dass wir im amerikanischen markt eher übergewichtet sein sollten wenn ich sogar komplett nur im amerikanischen markt zu handeln und im deutschen markt auf der long seite eher wirklich nur intraday unsere chancen suchen sollten Kommen wir noch zum euro us dollar aber das ist ja ein devisenpaar was sehr sehr gerne von vielen privaten tradern gehandelt wird und ich immer wieder gefragt werde kannst du nicht was dazu sagen ich habe ja lange nicht zum euro us dollar gesagt erst letztes mal glaube ich erst wieder beim letzten großen marktausblick weil wir einfach seit tatsächlich drei vier wochen wirklich einen schönen trend nach oben sehen und ich bin ja gerade was die devisen angeht das wissen ja die meisten von euch eher immer ein erb zurückhaltender trader ich bin eigentlich ein ganz großer freund vom handel von aktien und devisen nutze ich eigentlich wirklich nur dann wenn wir wirklich sehr sehr gute phasen haben und das haben wir halt momentan wie gesagt beim letzten großen markt Ausblick bin ich schon darauf eingegangen zwischenzeitlich haben wir mehr als drei cent hier aus der letzten bewegung nach oben gemacht hat das ist wirklich sehr sehr stark auch wenn wir uns den stunden chart dazu anschauen können wir wirklich sehen wie gut diese aufwärts bewegung auch infraday zu handeln war hier noch mal wirklich diese starke bewegung die wir hier auch in den letzten tagen wirklich mitnehmen konnten sieht man hier ganz gut schön korrigiert der markt auch hier wieder in richtung der alten hochs des letzten p2 ich habe das ja vorhin auch schon mal angesprochen dass märkte sehr gerne in diese richtung korrigieren besonders natürlich im aktienmarkt im devisenmarkt sehen wir häufig stärkere korrekturen als nur bis zu diesem p2 so und jetzt sehen wir hier wenn wir mal nur den kleinsten trend uns anschauen also wirklich nur die im stundenchart die bewegung hier hoch dann ist es hier wirklich sehr sehr schön gelaufen und man konnte das infraday auch wirklich sehr gut nutzen und für alle infraday händler also ich persönlich würde jetzt zum beispiel das ganze nicht nutzen um hier neue einstiege zu machen weil hier es gab hier dieses doppelhoch sind ein kleines bisschen hochgelaufen und haben jetzt hier diesen trend hier einfach gebrochen das heißt für mich jetzt die ganze bewegung die bis jetzt gelaufen ist es wunderbar gewesen aber jetzt gehe ich erst mal einen schritt zurück und warte ob der markt sich hier wirklich über 1 16 stabilisieren kann oder ob wir jetzt tatsächlich im tageschart auch einfach mal eine korrektur sehen und so kann man einfach diese beiden zeiteinheiten wirklich sehr gut miteinander verbinden tag und stunde um dann daraus infraday abzuleiten in welche richtung möchten wir denn hier jetzt den handel aufnehmen ja das war es wieder von mir mario für markt technik erfolgreich handeln ich wünsche natürlich allen eine erfolgreiche börsenwoche und freue mich wieder auf den nächsten marktausblick in der kommenden woche und für alle die die am donnerstag noch live mit dabei sein möchten beim großen webinar einfach auf den anmelde link unten dann gleich klicken